So ihr Lieben, Andrea und ich kurz nach dem Sex. Wir machen immer so Spaß, die beiden. Ihr kennt uns ja schon ungefähr 100 Jahre. Ich freue mich, dass Andrea mit der Tournee dabei ist. Ebenfalls. Und ich habe sie gerade gesehen, bei einem Auftritt. Manuel Gubei. Geil. Sie singt das wirklich wie irgendein Leben. Das habe ich auch sehr gerne gemacht. Und machst du gerade ein neues Album? Es steht jetzt auch dem Mix an. Titel sind schon ein paar zu Hause. Du wurdest ja ganz in der Nähe, oder? Ja, so 60 Kilometer von mir. Scheintlich. Ja, also wir sitzen immer an der Hotelwart bei Pfefferminste. Und sprudeln und so. Wir haben viel Spaß. Gute Truppe, ja. Und wir wollen. Ach du Scheiße. Sehr schön. Ja.